Katalog Nummer 12, 4Austria SA, ein schwarzbraunes Hengstfohlen, geboren im April. Abstammend von 4Romans 2, Accords Champion FS, Alup Z. Seine Mutter ist die Elite-Stute Antigone, die bisher nicht weniger als drei Bundessiegerfohlen, vier Landessiegerfohlen, mehrere Reitpferde-Champions sowie Stutbuchaufnahmesiegerinnen brachte. Auch mit sport-erfolgreichen Nachkommen kann Antigone aufwarten. So sind in Deutschland, der Schweiz und in Österreich mehrere ihrer Nachkommen bis in die hohen Klassen erfolgreich. Ein Dreiviertelbruder-Zufuhr Austria AS war außerdem zur süddeutschen Chörung zugelassen. Katalog Nummer 11, 4Austria SA, vielversprechender Hengstanwärter, mit erstklassiger Veranlagung, wie gemacht für das große Viereck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017